Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax und meinem Kleinkonto. Ich habe am ersten Tag mit 1.021 € angefangen. Bin aktuell bei 2.986 € und 31 Cent. Heute folgt Tag 22. Meine Einstiegsstufen sind 40, 100, 250 usw. Wer die anderen Videos noch nicht gesehen hat, findet diese in den Playlists. Als nächstes werfe ich einen Blick in den Wirtschaftskalender. Aktuell sind keine Nachrichten. Als nächstes suche ich mir einen Trade nach meinen Einstiegskriterien im Metatrader 5. Ich mache wie immer zwischen 52 und 5 Trades im Zeitrahmen von 60 Sekunden bis 2 Minuten. Dritte Pfund. Australisch Dollar sieht ganz gut aus. Hier steige ich ein. Dritte Pfund. Australisch Dollar sieht ganz gut aus. Hier steige ich ein. Und gleich nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein Trade draußen, aber das ist egal. Das entspricht einem Gewinn von 219 Euro. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Adios. Adios.